Einen wunderschönen, da bin ich wohl schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video und ja, Cyber Monday ist immer noch und wir wollen mal angucken, was jetzt so drin ist, am Wochenende habe ich ja kein Video gemacht dazu, ich habe das ein bisschen verfolgt, die Playstation hat richtig geiles Angebot, aber ich habe es zu spät gesehen, abends erst, ja, hier, das habe ich mir heute angeguckt, über Handy logischerweise, das bin ich immer noch am verfolgen, Aber wir gucken mal, was wir jetzt für Angebote haben, also am Freitag zum Black Friday waren jetzt die Angebote ja ehrlich gesagt nicht so der Knaller, jetzt hoffe ich ja, dass wir jetzt hier mal wieder ein paar Angebote haben, wo ich sage, das lohnt sich. Rasen, Staubsauger, ja, da habe ich, äh, Rasenmeer, Staubsauger, Rasenmeer, Elektronik, Mensch, Rasenmeer, Staubsauger, ich bin da hoch, wie wir essen, Kaffeepads, das ist vielleicht auch für viele interessant, Drucker, Spiele, Putzzeug, CDs, DVDs, Blue Ways, Game of Thrones, 23% reduziert, na, das klingt doch gut auch für meine Katzen. Klamotten, haben sie auch bestimmt wieder nur so einen Gaming-Tisch, und Stühle, gucken, ob man dabei ist. Wohl, Anzug kennt man ja auch mal, aber in meiner Größe werden sie den bestimmten nicht haben. Computerzubehör ist auch immer interessant. Steelbox, exklusiv, ne, da gucken wir doch mal nach. Badezimmerzeug. Badezimmerzeug. Oh, Festplatten sind auch wieder mit bei, da ist vielleicht was für euch mit bei. Playstation Plus ist wieder mit bei. SSD, der Arbeitsspeicher, den gerade drinne habe, Warte, 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 warte. Warte, eins, zwei, drei, drei Stück. Oh, mal gucken, ob man da spart. Mit Devolo macht man nichts verkehrt. Also ist definitiv mehr da. Videogames stark reduziert, gucken wir uns auch gleich mal an. Filme einkaufen, was haben wir denn da schönes mit bei? Also definitiv ist hier mehr mit bei. Aber hier war Playstation, da gucken wir auch mal rein. Mein Paket, was ich bestellt habe, also Playstation 4 Controller mit ein Jahr PSN Mitgliedschaft. Das ist ja leider nicht mehr da, sonst hätte ich gesagt, das ist wirklich ein Knaller angeboten. Also man spart jetzt nicht in Wirklichkeit was dazu, wenn man es einzeln kauft. Aber so habe ich ihn gekauft und war gleich bei das mit bei. Obwohl es jetzt ja auch nicht mehr ist. Weil die sind wieder teurer geworden, so weit ich das gesehen habe. Was sind da noch die Dinger? Ich will doch die kompletten Controller. Haben die keine Playstation 4 Controller mehr? Ach nee. Ich habe bei Cyber geguckt, okay. Allgemein. Das ist ein Billiganbieter. So eher mit Touchpad. Aber ich habe ja ein Original geholt und den gibt es nicht mehr. Der kostet jetzt wieder 53, so habe ich ihn für meine Tochter gekauft. Das Bild täuscht ein bisschen. Der sieht nur so leicht, also der sieht nur aus wie der normale, aber ich finde der sieht matter aus. Oder mein Originaler ist schon ein bisschen weit abgegriffen. Das kann auch sein, weil meiner glänzt und der ist sehr sehr matt. Und da habe ich halt dieses Angebot, habe ich hier geholt. Jetzt 12 Monate PS1 und also Playstation Plus. Und den Controller, das ist jetzt aber nicht mehr verfügbar. Aber das war ein knaller Angebot. So, wenn wir gleich da bei ihr sind, fangen wir von hinten an. Machen wir einfach mal Spiele, was wir jetzt hier günstig haben. FIFA ist noch günstig. Oh, Tomb Raider. Da haben sie einen PSN auch gerade für einen knaller Preis. Ich habe nicht mehr genug auf meinem Amazon-Konto, um das mir holen zu können, oder? Weil ich ja die Filme auch gekauft hatte. Also die ausgeliehenen waren auch 5, 6 Euro. Ich glaube, da werde ich doch noch zugreifen. Die nur 22 Stunden. Wenn jetzt hier natürlich Hitman noch mit bei wäre, wäre das der Knaller. Aber leider nicht. Aber Tomb Raider, das ist ein Ding. 29 Euro. Können ja mal gucken, ob wir das woanders noch kriegen. Was Google sagt. Shopping. Achso, ich muss noch PS4 hinschreiben. Dann zeigt er mir alle Angebote an. Ja, ist der billigste gerade. 29, 29. Hier 39. Uncut Edition. Bei Ebay 14 Euro. 39, 35. Ist das echt so ein nachgelassenes Preis vom Preis? Ist das so gefallen? Das kann doch nicht nur Cyber Monday sein. Mit Steelbook. Das sieht natürlich auch geil aus. 39 Euro. Versand 1 Euro noch was. Vorbestellerbox. Spiel erscheint am 14. September. Ja, der ist ja schon da. Ich glaube, hier will ich zugreifen. 14 Euro, das ist so ein Knallerpreis. Eingeschweißte Steelbook zum Spiel. Ach, nur das Steelbook ist es. Es wird nicht das Spiel verkauft, sondern... Ist das zum Kreizen. Na, wir können nachher mal ein bisschen gucken. Hier, Controller nicht mehr billig. Hier. PlayStation 4 Classic. Das ist noch die alte Konsole. Also die erste... Also... Sieht aus wie die erste Generation. Ist aber schon... Mehrmals überarbeitet worden. Mit 1 Terabyte. Und hier haben wir sie mit 500 Gigabyte. Und 199. Für einen Steiger ist der Newterpreis. Also wenn ihr noch keine Playstation habt. Hier, 199. Oder 500 Gigabyte. Und ein Spiel dazu. Also ich würde auf jeden Fall den mit hier nehmen. Bei einer Festplatte kostet... 1 Terabyte kostet so im Schnitt. Kostet die... Ich habe die gerade nicht so auf dem Schirm. Können wir ja mal vergleichen. Wo war bei Span? Das... Top HDD. Was haben wir denn da schönes? 2,5... Soll das Top HDD. Ja, die kriegst du jetzt schon für 48 Euro. 2 Terabyte, da passt die Bauhöhe nicht. Die ist hier nämlich 8,9 Watt. Und hier halt 6,9 Watt. Die passt halt nicht rein. Achso, das ist ja die 3,5 Zoll. Aber es gibt auch 1, 2... Und glaube ich 4 Terabyte. 4 Terabyte gibt es auch als 2,5 Zoll. Und da passt die Bauhöhe nicht rein. Die passt in den Schacht von der Playstation nicht rein. Ja, also gute Frage. Kostet genauso viel. Ist aber 50... 500 Gigabyte mehr. Also 1 Terabyte. 50 Euro. Und hier ist auch ein Spiel mit bei... Also ich würde sagen, hiermit gewinnt man mehr. Weil wenn man hier 199 nimmt und das Spiel hat und dann noch 1 Terabyte drin klatschen will, muss man nochmal 50, knapp 50 Euro mehr ausgeben. Hier hat man 1 Terabyte. Und wenn man das Spiel haben will, das kostet 36 Euro. Also mit dem Bundle, also mit der Playstation spart die auf jeden Fall mehr. Oder ihr holt euch gleich für 300 noch was. Hier so eine... Wo haben wir das? Da. 500 Gigabyte Schwarz Slim. Das sind halt 500 Gigabyte. Das ist die Slim mit HDR. Und ihr habt Spider-Man und COD mit bei. Die gibt es doch gar nicht mehr. Der steht hier noch drin, aber der ist ausverkauft. Also ich habe noch einen gekriegt. Aber dann war er weg. Einer von 3 Filmen kaufen. Okay. Hotel Transylvania 3. Achso, es ist DVD plus Tasche. Blu-ray plus Tasche. 1, 2, 3. Blu-ray plus Tasche. Was kostet 1, 2, 3? Gut. Ist denn 3 überhaupt schon da? Ja, ja doch. Ich dachte, das gibt es da nicht auf Google 16 noch was. Also ich würde bei der 27 Euro Version zugreifen. Obwohl, guck mal, dann sind es 12, 13, rund gerechnet, sagen wir mal rund gerechnet 14 Euro für die. Dann kommt ja noch der Versand dazu, wenn die von woanders kommen und hier haben wir dann 16, 20, 21, 31 Euro für alle 3 und hier haben wir 27 Euro für alle 3 und eine Tasche noch dazu, die abends leuchtet. Also spart er da definitiv mehr. Wo waren wir da schon bei Spielen? Ja, aber hier ist der COD-Ding mit bei, was bei der anderen nicht war. Skyrim VR habe ich auch noch, der Weg Verkaufen mit VR. Auto habe ich, Fallout habe ich. Ich weiß, Fallout hat schlechte Kritiken gekriegt. Teilweise eine Sache, was sie da kritisieren, finde ich auch kritisieren soll. Aber sonst finde ich, Fallout ist ein gutes Spiel. Vor allen Dingen, wenn man miteinander spielen will und da seine Basis aufbauen will und so. Also hier ist jetzt nicht wirklich was mit bei, was mich jetzt vom Hocker reißt. Blockbuster 50% reduziert, das ist gut. Hier ist der Hateful Eight. Nee, Ocean Eight. Kostet der jetzt Ausleihen 4 Euro, kaufen 9 Euro. Also da findet er bestimmt auch noch was Schönes mit bei. Oh, den kann ich euch empfehlen. Ready Player One, der ist richtig geil. Deadpool habe ich geguckt mit meiner Frau. Arrangers haben wir auch schon geguckt. Rampage haben wir geguckt. Die sind echt gut, äh, fantastische Tierwelten. War der erste Teil, glaube ich. Naja, der zweite kommt ja erst ans Kino. Der war durchwachsen. Den haben wir nicht geguckt. Pacific Rim 1-2 haben wir geguckt. Den haben wir auf der Liste. Den werden wir heute gucken. Den, ganz toll. Amazon, was ist denn hier los? Den wollen wir uns ausleihen. Also ich habe einen Ausleihen schon. Ihr könnt das sehen, jetzt starten. Weil normalerweise würde hier Ausleihen stehen. Ich habe jetzt einen Monat Zeit, mir den aus anzugucken. Und auf der Watchliste habe ich ihn sowieso drauf. Weil ich gehe immer nach der Watchliste, was ich geguckt habe. Also ich klatsche immer alles auf die Watchliste, was ich gucke. Oder was ich vorhabe zu gucken. Und dann gehe ich die Watchliste, wenn ich Filme und Serien Video mache, durch, was ich davon geguckt habe. Also da sind wir schon ganz neugierig darauf, wie der sein wird. Ja, die Tribute von Panem habe ich alle geguckt. Fand ich sehr gut. Oh, was haben wir denn hier? Das sehe ich ja jetzt erst. Der Nebelmann. Ausleihen 4 Euro. Trailer ansehen. Kann ich jetzt hier nicht machen, weil sonst kriege ich ja gleich Content-ID. Ich mache mal zur Watchliste, ich zeige das mal meiner Frau. So, Devolo. Das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Definitiv ist das ein Schnäppchen. Ich habe aber alles verkabelt. Ich bräuchte nicht. Ich bräuchte halt... Das bräuchte ich. Aber ich habe nicht mehr so viel auf meinem Amazon-Konto. Drei Stück bräuchte ich. Ich brauche nur die Heizungssensoren. Und die Fenstersensoren hole ich mir dann später irgendwann. Ich weiß auch nicht, ob ich es in allen Zimmern rankriege. Das ist das Blöde. Bei mir ist es halt die Fenster. Und dann machst du auf und dann hast du gleich die Wand. Ja, also wenn du das Fenster so aufmachst. Hier hast du, hier habe ich ja dann die Möglichkeit, den Bewegungssensor, beziehungsweise den Lichtsensor hier ranzumachen. Ich hoffe, ihr seht den relativ. Der ist hier. Wartet mal, ich zeige euch das mal. Ihr seht es gleich blinken. So. Und jetzt mal zu. Da seht das. Und wenn ich hier aufmache, geht die Heizung aus. Ist in den anderen Räumen ein bisschen schwer zu machen, weil da nicht der Platz dafür da ist. Aber irgendwie kriegt man das bestimmt hin. Aber die Hauptsache, ich habe die Dinger erst mal. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass das für die erste Generation momentan billig ist. Huawei P20 Lite, das hatten wir ja auch schon mal. Das ist auf jeden Fall ein Schneppekin. Da könnt ihr sehr gut zugreifen. Das kann ich euch empfehlen. 500 GB, ein Terabyte. Ja, so eine M2 wollte ich mir auch immer mal holen. Für das Betriebssystem, die soll auch sehr schnell sein. Und ich will mir noch so eine, so eine, ach, warte mal, wie heißt die? Intel Opin, genau. Intel Opin, 64 GB. Ja, so etwas will ich mir noch holen. Hat das jetzt die 32 GB Version. Das ist auch so ein SSD-Speicher, kann man fast sagen. Der hat aber nur 64 GB. Also jetzt nicht direkt für das Betriebssystem. Mich reizt es aber, einzubauen, weil der beschleunigt normale Festplatten. Weil da irgendwie im Zwischenspeicher irgendwas gemacht wird. Wie es funktioniert, ist mir auch scheißegal. Wenn wir jetzt normale Festplatten haben, dann einen Zugriffsgeschwindigkeit oder Lesegeschwindigkeit wie SSD-Festplatten. Und da jetzt meine Spiele und meine Intros und was ich alles habe immer auf einer normalen Festplatte sind, hoffe ich, dass ich damit was rausholen kann. Ich will aber die 64 GB Version. Vielleicht will ich die 64 GB Version dann doch noch nicht. Ich hatte doch letztens mir noch eine 64 GB weggepackt für 60 Euro oder was das waren. Also weggepackt nicht, also in meiner Liste gemacht. Ich lasse mal die Oppine, die wäre vielleicht auch für euch ohne empfehlenswert. Wie gesagt, da könnt ihr aus Festplatten noch ein bisschen mehr Schwindigkeit rausholen. Also nicht aus SSD oder M.2, das bringt nichts. Aber wenn ihr eine normale HDD habt und ihr habt so eine Oppine drin, habe ich von mehreren schon gehört, kriegst du da ordentliche Schwindigkeit raus. Eine SSD von Crucial. Der Ballistix ist ja auch von Crucial. Das ist ja auch eine Unterfirma von Crucial. Und ich habe auch von den Crucial-Festplatten noch nichts Negatives gehört. Ich habe sie jetzt bei mir selber noch nicht drin. Aber wenn ich mal wieder eine brauche, will ich mir da mal eine holen. So, 12 Monate PSN ist immer nur drin. 74, äh, 47, was ist denn heute mit mir los? 47,99. Also ich habe die nächsten Jahre Playstation Plus. Ich mache mir da keine Sorgen mehr. 128 Gigabyte für 18er Watt. Das ist, wie ich es jetzt gekauft habe, beim Mediamarkt, wo es im Angebot war. Da war sie 50 Cent teurer. 64 Gigabyte für 9 Euro NoWatt. Das ist ein echt guter Angebot. Ich lache da weg, oh nochmal. Und, was ist dann digital? 4 Terabyte, 91 Euro. Das ist gut. Ich weiß noch nicht, ist das die mit... Ach, das ist die ohne. Ja, die könnte man rein theoretisch auch für die Playstation nehmen. Empfehle ich aber nicht. Ich empfehle wirklich eine mit separatem Stromanschluss. Diese jetzt hier nicht haben, oder was? Western Digital, okay, NS, 3 Terabyte. Ne, 3,5 Zoll. 3 Terabyte. Ich habe für meine Western Digital 4 Terabyte, was ich drin habe. Beim PC zusammenbauen, was habe ich denn da bezahlt? Ne, Quatsch, ich habe keine Western. 84 Euro? Aber ich habe eine Seagate Barracuda, glaube ich. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. HANA Play, HANA 10. Ja, die Maus hier, nicht die, die reizt mich. Die finde ich echt geil. Meine macht sowieso langsam einen Arsch hoch. Ja, ich kann mit meiner Maus irgendwie nicht mehr, wenn ich Sachen greife. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Datei greife und die woanders hin machen will. Und jetzt ist sie, seht ihr, jetzt schon wieder. Jetzt geht's wieder. Aber normalerweise ist es, wenn ich dann zum Beispiel ein Bearbeitungsprogramm in Video packe und mir das in die Timeline packen will, dann hier hat das Video unterwegs verloren. Dann ist das immer noch oben da, aber nicht unten in der Timeline. Oder wenn ich einen Übergangseffekt markiere und runterziehen will, dann auf einmal habe ich irgendwas anderes unten drin. Das ist echt nervig. Die habe ich sogar, glaube ich, die habe ich beim Olima Shop mal gezeigt. Ja, sie haben diesen Artikel gekauft. Der kostet jetzt 9,16 Euro. Jetzt kann ich euch auch genau sagen, was ich bezahlt habe. Ich habe 12,99 Euro bezahlt. Hier haben sie nur für 13 Euro. Also, das ist nicht eine Verwechslung. Hier sind noch Batterien mit bei. Waren bei mir auch. Achso, da ist jetzt schwarz rumrum. Ich habe weiß, okay. Ich habe auch beim Olima Shop mal, ich habe das gezeigt, das ist die Küchenwaage für meine Frau. Ein paar Euro spart man auf jeden Fall. So, dann kann ich das ja wegmachen. Zack. Sanitär. Was haben wir denn hier? Ein grünes Klo. Oh ja, das erinnert mich so an... Das ist so 70er. So ein grünes Klo, oder Schatzi? DDR. Das ist nicht DDR. Das ist 70er. Wir hatten weiße Klos. Wir hatten auch keine grünen. Das ist doch DDR. Wir hatten aber keine grünen Klos. Das ist trotzdem DDR. Das ist nicht. Ich guck dir mal an. Ja. Wiss ich nicht. Finde ich halt nicht so toll. Das ist Geschmackssache. Aber wer macht sich denn ein grünes Klo rein? Guck mal, es gibt doch ein gelbes Klo. Menschen, die grün mögen. Ja, aber das ist doch so ein komisches Grün. Wer will denn so ein komisches Grün drin haben? Ja. Es gibt Menschen, die mögen das. Ja, ich kenne auch welche, die grün mögen. Aber das Grün. Gelb. Blaues Waschbecken. Oh, das erinnert mich so sehr an Jugendherberge oder so. Also das wäre ja jarnisch für mich. Oh. Ja, hier spart man 30 Euro, aber auch noch eine 8 Stunden. Aber wer so was haben will, ja. Also für mich werdet ihr zu teuer. Nur für so ein bisschen LED-Spielerei. DVD Blue, ey. Oh, der ist gut. Annabelle haben wir immer noch nicht geschafft zu gucken. Schatzi und ich wollen schon seit einem halben Jahr Annabelle 1 und 2 gucken und haben es immer noch nicht geschafft. Die in Kirchen haben wir auch noch nicht geguckt. King Arthur habe ich geguckt, aber nicht in 3D. Der war gut. Oh, der Squad war auch gut. Suicide Squad war echt gut. Oh, ein Käfig voller Hilden. Das ist so ein Klassiker. Für 50 Euro, für die komplette Staffel, das ist gut. Ein paar Batman-Filme habe ich ohne Offen. Ach, Blue Beetle. Das ist gut. Na ja. Also ein paar Dinge sind mit dabei, wo ich sagen würde, das wäre auch empfehlenswert. Aber ein paar Sachen sind mit dabei. Wo wir uns sagen, wer braucht das? Linecast. Linecast hat Headsets, Mäuse und Tastatur. Gucken wir uns mal das an von Linecast. Ich hatte ja schon mal was von Linecast vorgestellt. Ja, das ist wieder das Problem, was ich auch hatte. Ja. Die sind gut verarbeitet. Also ich hatte von einem anderen Hersteller, so was man. Das ist wirklich gut verarbeitet. Du kannst die Knöpfe rausnehmen, kannst das alles umkuddeln, so wie dir fällt. Aber. Gucken wir uns mal ein Video an. Hier sieht echt gut aus, aber. Hier unten ist. Ob das auch so fest bleibt, das ist die zweite Frage, weil da habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht. Aber seit wann sieht denn Linecast-Logo so aus? Sagt das nicht mal anders aus? Hier, das ist aus dem Guss. Das wäre nur wieder eher was für mich. Tasten beleuchtet. Wenn sie jetzt natürlich nur leise wären, wäre ganz gut. Meine Frau regt sich immer auf über meine Tastatur, dass die zu laut ist. M1, M2, M3. Da habe ich wieder die Angst, dass ich da verkehrt drücke. Aber die wäre schon was. Also die wäre definitiv was. Nee. Ach, den haben sie auch wieder. Den benutze ich, nämlich diesen Stick. Und der war eine ganze Weile nicht lieferbar, sondern nur so ein grauer, der so in etwa wie der DAF aussieht, aber von Rexona ist. Und der war halt feucht und der ist halt nicht schön, aber der ist hier toll. Es ist ja gut zu wissen, dass sie den hier machen. Aber ich glaube, bei Netto ist der Bill ja. Was habe ich denn bei Netto immer bezahlt? Drei Euro noch was, oder so? Ach so, das ist ja sechsmal. Ich glaube, da greife ich zu. Schatzi! 30% Rabatt. Wie viel bezahle ich denn bei Netto immer für den Dio-Stick von Rexona? Ich habe doch den blauen, oder habe ich den grünen? Da haben sie jetzt sechsmal 50 Milliliter für 5,99 Euro. Ich habe ja noch dreimal drin im Schrank, wa? Ja, ich sehe dich. Also das hier Angebot werde ich mir mal auf jeden Fall nochmal jetzt in die Mühe tun. Ist doch gut. Also manchmal haben sie, also sonst ist bei so Pflegeprodukten bei Amazon immer so, naja, hält sich die Waage manchmal auch teurer. Aber das ist ein guter Angebot. Ach hier, PC-Tische. Stühle, nein, die Stühle sehen jetzt nicht so, also für den Preis, aber die sehen halt jetzt nicht so, der knallermäßig aus. 200 NW und dann sieht er aus wie so ein Billigstuhl. Da unten, unten, das sehe ich schon, dass das ein bisschen was dicker ist. Das sieht ganz gut aus. Aber dafür, und dann 200 NW Euro. Oh, die hat eine dicke Halterung. Ah, kannst du hoch und runter machen. Aber 200 Euro wäre mir zu fett. Also das ist mir zu fett, und das ist halt eindeutig zu fett. Ja, Klamotten. Standard. Er hat irgendwas einfarbiert. Na gut, wo groß oder so. Jetzt nicht irgendwie was mit bei, wo man sagt, Mensch, das ist ja der Knaller. Da wird so Standard. Ja, da siehst du gleich Katzenfutter, da guckst du hin. Du hast heute schon eine Dose gekriegt. Nicht? Hast du schon eine Dose gekriegt heute? Ist ja gut. Siehst du die Mieze? Da ist eine Mieze. Na gut, Felix und Schäber und so nehme ich nicht. Das sind die teuren Marken, da kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich ein preiser Sparnis ist oder nicht. So teuer Kofi-Kin-Katzenfutter. Das ist mir zu fette. Also wenn da von euch jemand da Erfahrung hat, kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Ach, jetzt sind wir hier schon wieder. ein Game of Thrones Weg mal drinnen lassen, weil einige haben ja noch nicht alle Staffeln geguckt. Vielleicht ist da für euch was ein Geilheit-Angebot mit bei, weil ihr eure Blu-ray oder DVD ist ja gut. Sammlung vervollständigen wollt. Ja, Finish. Kann ich auch nicht beurteilen. Wir waren schon mit der Hand. Wir haben keine Spülmaschine mehr. Spiele. Kann ich auch schlecht beurteilen. Ist ja gut. Geh zu Mutti. Das können wir wegmachen. Drucker. HP-Drucker für 98. Also hier ist bestimmt für einen oder anderen was tutet mit bei. Ich habe keinen Platz mehr für einen Drucker. Ich weiß nicht, wo ich mir noch einen Drucker hinstellen soll. Aber wenn ich mir das hier angucke, soll cleanet zwischen 70 Euro oder hier. Boah, das ist wirklich clean. Er kostet bestimmt dementsprechend auch die Nachfüllpakete unter Motorola. Habe ich schon ewig nicht mehr was von gehört. Ich wusste ja nicht, dass sie überhaupt noch da sind. Sensei. Tassimo. Die waren wirklich teurer. Also von so einer Bosch-Maschine kann ich euch auch nur abraten. Also von so einem Kapselautomaten von Bosch, wo ihr halt... Ich zeige euch das mal. Haben sie hier die Kapseln drin? Nee. Habe ich nämlich mal gehabt. Bosch. Hier. Soweit hier zum Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich hatte. Tassimo. Da macht ihr hier oben, kommt das Ding drin. Seht ihr das von der Seite? Und das ist eine Lüge. Ich habe mir die damals gebraucht geholt bei Spock. Und welche der verkauft. Das ist definitiv eine Lüge. Ihr kriegt niemals so einen großen Kaffeebecher voll. Mit dem Tassimo-Ding. Niemals. Weil Tassimos... Ach, die haben hier auch keine Bilder von den Tassimo-Einzeln. Doch hier unten. Bei dem Nachfüllpak. Hier. Da seht ihr diese Dinger. Die haben da diesen QR-Code und erkennt die Maschine und da ja wie viel und wie was da drin ist. Und dann habt ihr hier so ein Ding und da könnt ihr auch um die Maschine draufstellen. So an sich ja nicht gar nicht mal so schlecht. Aber in so einem Melitta-Ding ach Quatsch in einem Milka-Ding ist halt Kakaopulver drin und also acht Pakete sind drin. Viermal Milch und viermal Kakaopulver. Und auch wenn ihr Latte-Macherto macht, ist halt einmal Kaffee und einmal ein Pad-Teil ist mit Milch und ihr kriegt höchstens so einen Kaffeebecher voll. So eine Teetasse würde ich jetzt sagen. Eine Teetasse kriegt ihr definitiv voll. Das ist Fake. Das ist definitiv Fake. Das geht nicht. Ich habe es mehrmals versucht. Ich habe ein paar Packs davon gekauft, ihr habt und habe alles versucht zu strecken, noch ein bisschen Wasser durch laufen zu lassen. Beim Kaffee noch ein bisschen mehr Wasser durch laufen zu lassen, damit es höher kommt. auch mit der Krone. Das hat nicht so eine schöne Schaumkrone. Ihr habt nichts. Das ist Fake. Bei einem Kaffee-Vollautomaten kriegt ihr sowas hin. Bei den Bosch-Dingern, bei den Tassimo niemals im Leben. Also wenn ihr überlegt, euch so was anzuschaffen, schafft euch was vernünftiert an, aber keine Tassimo. Definitiv nicht. Tassimo, da könnt ihr die Finger von weglassen. Das bringt nichts. Das ist alles Fake. Das Bild ist hier hingesetzt worden. Aber ich weiß es definitiv. Nicht nur dass das Bild Fake ist, die Tasse darin gesetzt wurde. Ich die waren damals echt teuer. Hier das ist so eine breite Tasse. Haben wir irgendwo das ist hier so eine Tasse. So kriegt da halbwegs voll. Aber nicht so voll wie auf dem Bild. Definitiv nicht. Das ist Fake. Und ich kann euch nur abraten eine Tassimo Maschine zu holen. Holt euch lieber so was hier von Nescafé mit diesen die sind erst mal viel billiger weil hier sind auch 8x Milch und 8x Dings drin Hier habt ihr viel mehr von und die schmecken auch teilweise besser also Tassimo kann ich euch nur abraten Holt euch keine Tassimo 500i da spart man wirklich das habe ich mir Mitte des Jahres angeguckt im Sommer also Juli August war das wo ich mir das angeguckt habe für meine Mutter und das stimmt definitiv also da spart ihr wirklich fast die Hälfte also fast 800 kostet die ja also da spart ihr wirklich extrem das stimmt wirklich ich hatte mir die schwarze hatte ich mir auch angeguckt aber ich weiß nicht mehr welche schwarze ob ich mir die tausender oder die achtona angeguckt hatte ich hatte mir 500 angeguckt hatte mir 700 hatte ich mir auch angeguckt grau habe ich kurz reingeguckt also eine schwarze habe ich weiß aber nicht mehr welcher ich glaube war die teuerste muss die gewesen sein also das ist wirklich gespart also am besten immer Winter für Sommer kaufen ich weiß nicht ob man da jetzt spart 200 Euro Laptop ich weiß jetzt nicht also ich glaube nicht dass das so für normale Office Anwendungen scheint das wohl zu jedem aber ich 64 gigabyte emc naja ist da dann wirklich nicht mehr drin 4 gigabyte ram 64 gigabyte emc intel vinc ms modell also wenn da wirklich so wenig speicher drin ist dann lohnt sich das definitiv nicht rasierer da hatten wir letztens ersten bild äh äh ein test gesehen weil ich auch am überlegen war ob ich meinen elektrischen rasierer hole für hier für die seiten und für unten und da hat also welche hatten da gut abgeschnitten panasonic oder philips du hast nicht zugehört also der testsieger war auf jeden fall hier rammington die schneiden immer sehr gut ab und dann war philips oder panasonic ich weiß nicht ich glaube philips bin mir aber jetzt nicht so sicher und den hatte ich mal ne den den vorgänger davon hatte ich also mit rammington bin ich sehr zufrieden das werde ich mir auch demnächst noch mal wiederholen wenn meins im arsch ist kameras das ist für uns jetzt noch nicht so interessant wenn unsere tochter größer ist oder betetöchter größer sind dann wird das natürlich sehr interessant hier so überwachungskameras in eine bude verteilen damit wir da überblick haben wer hier ein und aus geht Herr Bär Herr Knudel das sind die jungs hey jungs wollte cupcakes gratis cloud speicher hd qualität und sie ist wetterfest oh und sie ist aufladbar oh die türklingel pakete unter die bank bitte dankeschön ziemlich cool oder ja das soll so hd sein das finde ich sehr interessant adaptor für UK EU ok internetkabel magik 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 das muss ich mir auf jeden fall mal beobachten aber der preis ist zu fett der preis ist zu fett mikrowellen wer gibt denn 95 euro für eine mikrowelle was meine letzte mikrowelle bezahlt 40 50 euro war eigentlich immer im schnitt bezahlt die halt noch mal so 5 6 7 8 jahre und dann kommt sie weg kommt was neu na gut ist sammlung naja ist kein wunder hier das ist was schönes die sind auch gut und die haben Nescafe Deutsche Gusto also diese Kapseln die sind echt gut aber die von Bosch die Dinger kann ich euch nur abraten das ist nur Geld Schneiderei ist fake auf der ganzen Linie aber wenn ihr was wirklich gut haben wollt dann müsst ihr euch natürlich einen Vollautomaten holen also ich habe auch ewig gespart um mir meinen Vollautomaten leisten zu können monatelang habe ich immer was weg gepackt und dann habe ich mir von Melitta meinen Vollautomaten geholt und ich sage euch es gibt nichts besseres als ein Vollautomaten der Kaffee Malen einfach nur geil dann haben wir hier oder Sparta definitiv auch hier haben sie auch ein paar gute Angebote ich hatte ja letztens schon mal gesagt hier haben sie immer noch das Angebot 174 Euro statt 399 und das war wirklich 399 oder 350 Euro das war definitiv extrem teuer weil da hatte ich erst geguckt vor ein paar Monaten weil ich so ein Ding holen wollte für mich und meine Frau das war bevor meine Frau hergezogen ist und da war definitiv teurer definitiv teurer also da spart er auf jeden Fall was dann sind wir durch würde ich sagen wir haben uns alles mal angekickt dann würde ich jetzt hier mal einen Cut machen alle in allen haben wir ein paar gute Angebote mit bei wo ich selber weiß dass man ein bisschen was spart meistens ist es nicht das was steht dass man spart aber man spart und viele Sachen sind mit bei wo ich sage die hätten sie weglassen können aber die machen auch nur vier rinnen Hauptsache der die Angebote sind groß genut irgendeiner greift schon zu bei den Filmen müsst ihr auch aufpassen wie sagt Frauchen und ich haben uns bei über 600 Filmen diese hatten sechs Filme ausgesucht wo wir sagen nee danke mit dem Cäsar da drauf weißt du das noch ich weiß es nicht muss ich mal gucken da sind die Filme durch weg aus Frankreich oder Italien und da hat Frau chen gesagt nein danke so ich mache jetzt den Cut wenn es euch gefallen hat wir sehen uns heute Abend im Livestream wieder bis dahin haut da rein bei Odin Zocker bis dahin haut rein Ahoi sagt Euer Odin 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 Test